Jo Leute, Willkommen zurück bei QV und der Werder Bremen Karrieremodus Ja, wir sind jetzt beim nächsten Spiel gegen Hoffenheim, wir haben das erste Spiel 1 gegen Düsseldorf gewonnen Mit einem Tor von Sahin Wer das Video noch nicht gesehen hat, sollte es zuerst abchecken Da wollen wir auch rein Wollen wir mal kurz Da wollen wir auch rein in die Partie, dann sind wir uns klar Der Pre-Zero Arena von Hoffenheim Im Augenblick können wir den zweiten Sieb im zweiten Spiel Oder müssen wir uns geschlagen werden Was werden wir jetzt? Ah, wie spielen wir das? Wird unsere zweite Spiele an der Respirator, den wir von Manchester United gekauft haben Hoffenheim mit dem ersten Angriff über Kamaric Die kommen leider noch nicht dazwischen Oh Und dafür Okay Auf meinem auch Ich glaube leider, wir haben leider eine Rückstände daher Also, dass wir auch gar nicht so oft passiert ist in der Vorbereitung Oh nein Oh nein Oh nein Der ist schon ein paar Blenker, der rechtzeitig rauskommt Der hätte das 2-0 für Hoffenheim sein können, wenn wir Ja Naja So gut wie durch So, beziehungsweise hattest du entschieden, aber man sagt ja immer Ist ja immer noch was Bei 17 Minuten zu spielen Augustin Zahn Oh, wie sieht er gerade gut aus Where? Oh man Ich komm nicht rein in die Freigabe Ich komm nicht rein in die Freigabe Ich muss nicht Das Oh, perfekt Ja 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 6 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 8 8 9 10 14 15 15 15 15 so eine menschheit die immer glück hat oh ja Junge, ich bin nicht stark schon komm, Alter nein so halbzeit Mann, gut, Alter. Ja, nun sind wir zurück, als weinert. Hauptein für 2-1. Wir sind gut zurückgekommen mit dem 1-1. Wir sind ein bisschen gleich im Stähl, an der am Spiel. Komm, Alter. Elkovic stark. Eckstein auf Eckstein, where? Mann, ey. Wir wollen alle mit dem Kopf durch die Wand. Nein, nein. Leute. Okay. Ja, spiel den Ball wieder zum Gegner, Alter. Gameplay ist ja super komisch. Ja, guck mal. Alter. Ja, ist klar. Aber wo ist mein Recht? Nein, 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 nein. Dann können wir wechseln. Vorher noch einen rechten Flügel, Alter, der schnell ist. Ja, guck dir das an. Die liegen, haben so zwei Bahnen, Alter. Ja, ist klar. Schade, woher, Alter. Das Spiel sind wir definitiv nicht, der Seite. Weil, da hält er den nicht. Die werden bald länger, die 85. Er ist eigentlich ein super starker Spieler. Ich will immer in die Rückmeldung. Ich will mit Toprak und Bilge, wenn ich eine Abwärtssicht schieben, Alter. Das war doch kein Abseits einer, Leute. Ja, Spiel ja, verlieren wir, Alter. Das ist... Ich weiß noch nicht. Ich will gleich mal kurz... ...ein der Spiel vornehmen. Ich kann den Ball nicht nach hinten ziehen. Geht nicht. Nee, wir spielen so durch. Und das Glück ist mir auf unserer Seite. Oh, da kommt der letzte Moment. Zwischenbevor Pereira. Ja, wir verlieren das Spiel leider. Komm, halt. Neck, ich bin doch mal ne Püch. Ich bin doch nicht. Er lurch stöber. Applenen. Kutspielen. Kutspielen. Wer kann er was werden? Ich hoffe, das sind keine Spiele mehr. Gucken wir mal, ob der Spieler... Wir müssen noch ziemlich jung sein. Ja, 23. Ich war ja auch nicht viel älter als Eggerstern, aber schnell. Schnell einfach... Ich weiß nicht, 20 Videos? Ja. Wird wahrscheinlich überteuert sein. Handeln. Gut. Wir sitzen wieder im Restaurant. Jawohl. Gut. 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 ja gut jetzt haben die neuen spieler ab da mal traurig topspieler sorry ergestein bisschen mehr bei ich hab immer richtig allein gekauft wir haben auch gut eingekauft er kauft heute 8,4 der bleibt gegen augstburg gewonnen wir gewinnen 1 2 3 6 nur ein und das sind der ballenführer bei Wolfsburg, wo ist denn Bayern, 10. Wolfsburg, 10 Punkte, Alter. Union Berlin, unentschieden Niederlage, unentschieden. Ja, wir gewinnen 3-1, Pereira mit seinem E-Milientor, Auri und Rashica, ach geil, Alter. Wir greifen hier oben voll an, 2. bei Wolfsburg gewonnen hat. Warware jetzt 71. Hat er gescheitert ein, oder? Wenn ihr wollt, dass ich auch noch nebenan nebenbei Nationaltrainer bin, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Einsimulieren wir noch oder gegen Leipzig. Chile. Ne, nicht unbedingt Chile. Wenn was Gutes kommt Deutschland oder sowas. Soll ich das dann annehmen? Wir simulieren nochmal gegen Leipzig. Ich habe 1 zu gegen Bayern. Ovi gewinnt 2-0, Pereira, Obea. Toprack kriegt Gelb-Rot. Eieieiei. Eieiei. Wir sind auf jeden Fall oben dran, denn es sind 2 dahinter, Wolfsburg. Das nächste Spiel gegen Dolmour und das WMD-V. Schollen wir mal auf dem Fall damit eingeben. Ich spiele mir wieder daraus. Die Dormous hält auch aus, ja, moin. Es war jetzt los. Ja Leute, ich hoffe für euch, hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen, gefällt euch der ganze Kanal, der Content, was hier drauf passiert. Würde mich über ein Abo freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal bei der Werder-Bremen-Karree wieder. Euer KC Man. Ciao, ciao.